Meditieren Katholiken? Wie meditieren Katholiken? Warum würden katholische Christen meditieren? Das sind einige Fragen, die mir gestellt wurden. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de und es gibt einige Aspekte davon. Ich muss jetzt zugeben, ich bin kein katholischer Theologe, bin auch nicht über empirische Studien des Meditierens bei Katholiken so vertraut, ich bin Yoga-Lehrer, Meditationskursleiter, Meditationskursleiter, Ausbilder, Gründer von Yoga-Vidya, kenne mich etwas mehr mit evangelischer Theologie aus, weil ich eben als evangelischer Christ aufgewachsen bin, aber interessiere mich durchaus auch für Theologie und natürlich weiß ich auch einiges über christliche Mystik, die ja vor allem die Katholiken interessiert und viele Menschen, die zu Yoga-Vidya kommen, sind eben auch Katholiken. Also grundsätzlich die Frage, meditieren Katholiken? Ja, selbstverständlich. Bei Yoga-Vidya schätze ich, dass etwa ein Drittel der Besucher katholisch ist, ein Drittel ist evangelisch und ein Drittel ist nicht zugehörig einer Kirche. Dürfte in etwa dementsprechend, wie es in Deutschland ist und dann das Interessante auch ist, unter den evangelischen und den katholischen Christen ist der Anteil derer, die ihre Religion kennen, höher als in der Durchschnittsbevölkerung. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir mal ein Lied singen, das in der evangelischen Kirche populär ist oder in der katholischen Kirche, dann merke ich, wie viele dort mitsingen. Der Anteil ist fast höher, als wenn ich in die evangelische Kirche selbst hineingehe in den Gottesdienst und wenn da zum Beispiel Konfirmation ist oder ein anderer besonderer Anlass, wo die Kirche voll ist, dort singen weniger Menschen diese Lieder mit, als bei uns im Satsang. So ist also bei uns im Yoga-Vidya der Anteil derjenigen, die ihren christlichen Glauben ernst nehmen oder relativ intensiv damit aufgewachsen sind, relativ groß. Und so würde ich eben sagen, schon allein bei Yoga-Vidya gibt es zigtausende Katholiken, die meditieren, dann eben mit Yoga-Mantras. Und natürlich gibt es auch unter buddhistischen Zentren viele Katholiken und natürlich, es gibt ja auch inzwischen die Achtsamkeitswelle in der Psychotherapie, wo viele Menschen die weltanschaulich neutrale Achtsamkeitsmeditation praktizieren. Und die offizielle Meinung der katholischen Kirche ist ja auch, dass Meditation für katholische Christen gut ist und dass sie auch weltanschaulich neutrale Meditationen üben können. Und auch im Yoga gibt es eine Reihe weltanschaulich neutraler Meditationen. Ja, und dann gibt es natürlich spezielle katholische Meditationstechniken, man würde sagen christlich-mystische Meditationstechniken. Es gibt ja die vielen Mystiker und gerade die katholische Kirche ist voller Heiligen und sehr viele davon haben auch meditiert. Ob man das jetzt stilles Gebet nennt, ob man es Kontemplation nennt, ob man es Nachdenken über die Evangelien oder Episoden aus dem Leben von Jesu nennt oder Nachdenken über die Bedeutung von Jesus oder ob man es Rosenkranzgebet nennt. Das sind alles Formen der Meditation im Yoga-Sinn. Im Yogischen würde man sagen, sitzt der Mensch mit geradem Rücken und beschäftigt sich dann entweder mit etwas Erhebendem oder etwas Entspannendem oder etwas Spirituellem oder Religiösem, dann ist es Meditation. In diesem Sinne könnte man sagen, praktisch jeder katholische Christ, der seine Religion ernst nimmt und mindestens ein paar Minuten am Tag in der Stille meditiert, in der Stille betet, meditiert auch. Und dann gibt es natürlich die ganzen Exerzitien, zum Beispiel in der Jesuitentradition, die sehr viel Meditation beinhalten. Es gibt die christliche Kontemplation, was so etwas ist wie eine Form der Meditation und es gibt auch verschiedene katholische Gemeindehäuser, wo Meditation auch gelehrt wird. In diesem Sinne, meditieren Katholiken? Ja. Gehört es zum katholischen Glauben zu meditieren? Im weiteren Sinne auch? Ja. Ist es vorteilhaft für den katholischen Glauben, wenn sie tiefer meditieren? Ja. Welche Meditationen eignen sich für katholische Christen? Da werde ich jetzt nicht zu viel sagen. Mindestens weltanschaulich neutrale Meditationen, wie zum Beispiel Achtsamkeitsmeditation, vielleicht auch die Energiemeditation, die Atembeobachtungsmeditation, Lichtmeditation. Und ansonsten kann man natürlich über Jesus meditieren, über die Lehren von Jesu, über Episoden aus Jesu Leben. Du könntest das, den Rosenkranzgebet oder andere Gebete üben und dies in Deiner Meditation verwenden. Mehr Informationen über Yoga und Christentum findest Du auf yoga-vidya.de. Dort gibt es ein Suchfeld. Dort kannst Du eingeben Christentum oder auch Christentum und Yoga. Und ich sollte ganz, wie das hat. Auch wenn wir Angst mit den Landwirte